Hallo und herzlich willkommen zu einem Alle Gutschein Codes zum August 2023. Wir haben wieder jede Menge Gutschein Codes für euch, die diesen Monat alle funktionieren. Ich habe sie alle auf diesem frischen Account getestet. Fangen wir an, was bekommt ihr derzeit immer noch, wenn ihr bei Starstable neu einen Account erstellt? Und das ist einmal die Wintersatteltasche und dazu der Winter Terrier. Diese beiden Sachen bekommt ihr immer noch, wenn ihr euren Charakter frisch erstellt. Das gibt es derzeit seit dem letzten Winter-Update immer noch für euch on top. Passend dazu haben wir auch noch Funktionable derzeit. Solltet ihr eine schnell einlösen, denn ich denke, das funktioniert nicht mehr besonders lange. Hier gibt es das T-Shirt zur aktuellen SSOCON, nämlich mit dem Code SSOCON23ALL gibt es derzeit immer noch dieses SSOCON-T-Shirt, was auf jeden Fall limitiert sein wird, da es natürlich nächstes Jahr definitiv geändert werden wird. Dann zum Westerncamp könnt ihr euch immer noch die ganzen Gegenstände holen mit den drei Codes, die es aktuell dafür gibt. Mit den Codes LureThem, RepelThem und LastWeek bekommt ihr jede, jede, jede Menge an einmal den Lockmitteln und den Abwehrmitteln und den Schlüsseln. Also ihr bekommt eine ganze Menge an Sachen für die Western-Sache dazu. Könnt ihr wahrscheinlich nächstes Jahr wieder gebrauchen. Ansonsten könnt ihr die ganzen Sachen natürlich für einen Schilling verkaufen, wenn ihr das mögt. Aber so habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, euch nochmal so die Gegenstände für das nächste Jahr zu holen. Ist irgendwie deutlich mehr gewesen bei mir, als es eigentlich anscheinend gedacht war. Aber auf jeden Fall seht ihr selber, habe ich dadurch jede, jede, jede Menge an Gegenständen bekommen. Ich kann euch nicht sagen, warum es irgendwie so viele gab, aber ich habe, wie ihr schon seht, jede Menge Sachen für das ganze Event dann mal für nächstes Jahr schon als Vorrat bekommen. Also ich habe, warum auch immer, mehr bekommen, als ich da damals bekommen habe. Aber auf jeden Fall, wenn ihr für nächstes Jahr ein bisschen euch vorbereiten wollt, gibt es hier scheinbar jetzt mehr als davor. Denn ihr bekommt jede Menge an Abwehrspray, an Schlüsseln und an Lockmitteln. Einfach so für lau on top. Haben wir den nächsten Code. Rainbow Unity ist immer noch für euch verfügbar. Der passend zum Regenbogen-Festival. Das Regenbogen-Festival-Item 2023. Diese Schleife gibt es ganz klar für den Code Rainbow Unity. Mit einer sehr coolen Schleife werdet ihr dann da belohnt. Als nächstes haben wir den Code RideWithUs. Und es gibt diesen coolen Pullover, der perfekte Werte hat, was super ist für den Anfang. Und natürlich sieht er auch ziemlich, ziemlich cool aus. Das nächste ist schon seit 2018 im Spiel und heißt Inspiration 2018 und gibt euch dieses T-Shirt hier ohne Werte. Dann haben wir die beiden Gutschein-Codes, die beiden Westen-Codes, nämlich einmal Silver Jacket und den Code Bronze Jacket. Diese beiden Codes geben euch jeweils ein Outfit mit perfekten Werten, das dazu noch 1000 Schillinge wert ist. Sollte in keinem Account fehlen oder zumindest keinem Account so viele Schillinge geben. Also solltet ihr es unbedingt einlösen, um zumindest die Schillinge davon mitzunehmen. Nächster Code. Seit der Ankündigung damals 2020 von der Handy-Version ist ThumbedUp. Mit diesem Code bekommt ihr immer noch dieses fancy Daumen-T-Shirt. Ein Haustier, nämlich das Starstable Plush, bekommt ihr mit dem Code READTHEBOOK. Ist dieses coole Haustier, kann leider natürlich nicht laufen, denn es handelt sich nur um ein Plüschtier. Kommen wir zum nächsten Code, nämlich mit dem Code HORSESNACKS. Bekommt ihr immer noch, warum auch immer, früher gab es irgendwie drei, eine Karotte und einen Apfel. Jetzt gibt es irgendwie drei Äpfel. Also anscheinend sind ein paar der Codes ein wenig verbuggt oder erneuert worden. Ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall gibt es jetzt drei Äpfel dafür. Kommen wir zum Code STARSTABLEWEST. Mit dem ihr immer noch diese Höchstweste bekommt. Und finally, last but not least, gibt es den Code BLIZZARD. Mit diesem Code bekommt ihr die beiden Items, die beim Blizzard-Set noch gefehlt haben. Nämlich einmal diesen Sattel und dazu passend auch das Zaumzeug, was natürlich euer Starterpferd nicht tragen kann. Als allerletztes nun dann gibt es noch mit dem Code TEAMCAROTS diese lilanen Karotten für euch. Zusätzlich gibt es immer noch einen Code für eine Woche StarRider, der natürlich auf neun Accounts genauso funktioniert. Habe ich auch auf diesem Account eingelöst. Und der heißt immer noch ONEWEEKSR2023. Das sind alle Codes, die es derzeit für euch in STARSTABLE zum Einlösen gibt. Und alle wurden noch von mir direkt auf einem Nicht-StarRider-Account getestet. Also funktionieren alle. Ich sage schon mal Danke fürs Zuschauen. Gönnt euch die ganzen Codes, wenn ihr sie noch nicht eingelöst habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.